Ja, aber ich habe mir gedacht, ich komme nicht immer, wenn man im Tag ist, man kann an den Nachbarn zwar aufgehen, aber da ist es, ich mag es, dass es nicht gut ist. Und wenn da Weihnachter geht? Was ist das? Ja, Weihnachter, Nacht ist es. Ja, Weihnachter, Nacht ist es ja. Aber wenn da Nacht kann man auch noch ein bisschen das Wetter abgehen. Ja, nicht, aber nicht. Und die Schöne haben. Und das kann auch mal die Elke oder das Nachbarn. Gallenstraße. S- und U-Bahnhof, Rathaus Spandau. S- und U-Bahnhof, Rathaus Spandau. S- und U-Bahnhof, Rathaus Spandau. Oder sich die Tür zu an, oder wo sich die Einladen, oder auf dem Markt ein. Aber ich werde trotzdem noch gekommen, wenn alle gewesen, wäre er. Ja. Und wie sie gerne noch 1-8-6-6-7-7-7-7-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8. Das ist ein einmaliger Moment, dass jemand hier reinkommt. Ja, aber jetzt sind wir heute noch schon seit 1-2 Jahren. Hier ist der erste Mal die Einrichtung von der Karte. Der Karte ist in der L9. Die Karte ist in der Karte. Der Karte ist in der L9. Sie hat die Karte. Nein. Der Karte ist in der L9. Der Karte ist in der L9. Hier ist es ganz schön, hier ist es schön. Wir haben übrigens zwei Etagen, eine rosa Wand frei. Moritzstraße. Die Rosa ist ein Schmutz, eine Schmutz. Sie haben den Nase in der Hosa. Sie sind in der Hosa und Hosa. Am Ende ist es ein Schmutz. Brömener Park 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 Brömener Park